So ein neues Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mal in der Startseite von Robux in der Hauptseite, weil ich euch das zeigen möchte. Und zwar 14 Robux, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir 80 Robux gekauft, weil 80 Robux 1,09 Euro kostet und ich weiß, 1 Euro ist schon nicht so viele und für so 80 Robux kann man schon was richtig cooles kaufen für die Figuren. Ich weiß, Robux braucht man nicht dringendst. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es mal selber gesagt, aber nicht in einem Video, sondern einfach so gesagt ohne Video. Aber gut, ich finde es voll schön. Auf jeden Fall, ja, das ist mein neues In. Was ich an der Hose voll cool finde, es ist nicht nur eine Hose. Ja, moin, hier, Hosen. Es ist nicht nur eine Hose. Ja, jetzt habe ich mich wieder verdrückt. Es ist einfach ein komplettes Oberteil auch noch dabei zu der Hose. Und deswegen dachte ich mir, ja, das hat nur 8 Robux gekostet. Und das habe ich halt schon so doppelt Outfit, sage ich mal. Und die Haare musste ich unbedingt mitnehmen. Es war eine große Entscheidung, weil die haben irgendwie 50 Robux gekostet. Aber ich fand die Haare so, so schön. Und deswegen habe ich sie auch gekauft. Genau. Ja, das wollte ich euch nur mal kurz sagen, falls ihr, damit ihr wisst, wie jetzt mein neuer Charakter aussieht. Und so weiter und so fort. Mit dem Charakter werde ich auch ein anderes Spiel spielen. Mal Tower of Hell oder Tower of Elisi. Und ja, genau. Das war es dann mit meinem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meinen neuen Skin findet. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao.